Willkommen, Willkommen, Willkommen! Das bedeutet, dass im Prinzip alle Zübäuer, die meistens 11 Jahre alt als der, die auch sogar Müsse wählen können. Hier können sie gehen, und sie sind auch hier dabei, hier im Land zu wohnen. Das wäre nicht immer so. Letztes Jahr werden dann ein Jahr die Frau für dich gewählt haben. Aber nicht nur das. Es wird auch noch geteilt, dass es für die Wahlrecht für die Männer, nicht mehr für die Höchst, für die Steuern, die sie beteiligt haben, aufgehangen hat. Es wird geteilt, dass die Wahlrecht viel mehr breit auch für die Männer aufgehangen ist. Dass für 100 Jahre die Allgemein Wahlrecht zu Letztesburg angefangen hat, wird das Resultat verlangen als schwierige Diskussionen an den Jahrzehnten führen. Verschiedene Politiker für eine ganze Zeit gehen, das das ganze Volk mitbestimmen soll. Es wäre vor allem die, die nicht tun dürfen mitwählen, wenn sie nicht reich genug wären, die sich für das Wahlrecht angesagt haben. Es wäre lange weh, das Wahlrecht zu dem geht, das wir heute kennen. An der Ausstellung sieht man die ganze Entwicklung. Wie ein Gesellschaftsschicht in dem Land kaufen. Wie dezisiv Zeit direkt um die Weltkriege fährt. Wie eine große Edukation gespielt wird. Und wie Debatten über das Wahlrecht gelaufen sind. Die Debatte ist nicht darüber und wird noch nie sein. Die größten Diskussionen wären die über die menschliche Ausländerwahlrechte. Wie sie sieht, es gilt immer, sich den Evolutionen an der Gesellschaft zu stellen. Es wird noch erinnert, dass es jeder weiß, wie er kommuniziert wird. An der Ausstellung von dem Videomaterial und auch Wahlplakaten von früher. Mit Kommunikation geht immer mehr in Beiträchtungen. Für die Politik bei den Leuten, aber auch für die Leute an der Politik. Das sind zum Beispiel Demonstrationen oder Petitionen, die heute auch online gewählt können gehen. E-Mail und Social Media werden sehr viel Kontakt möglich. Wie macht es schmerzt? Man stellt uns so besser, wenn man gut informiert ist, was man für Frieden möchte. Ihr scheint an der Ausstellung können zu begrüßen. Eine liebe Demokratie braucht Interesse an kritischen Bürger. An dem Sinn? Willkommen! Bienvenue! Willkommen! An der Expo. Wir lernen, was wir sehen!